Oh ja, darauf habe ich schon den ganzen Tag gewartet. Es ist eine Position. Probier meinen Feuerkick. Guten Hunger. Was ist passiert? Nein, mein Sandwich. Nein. Dieser dreckige Hund hat unser Mittagessen versaut. Nein, was ist denn mit was anderes versuch? Ich habe keine Zeits für deine dummen Ideen. Wo ist dieser Hund jetzt hin? Bist du okay? Entschuldige dafür. Ach, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Hier, dein Ball. Au, Hutsch. Warum hast du das gemacht, Catnab? Es war doch keine große Sache. Oh, kleines armes Ding. Armes Ding? Hörst du das auf, die Lehrer es kommen. Der Hund bekommt endlich. Ich habe gesehen, was du mit Doktor gemacht hast, Catnab. Ich mache das nicht nochmal. Lassen Sie los. Das nächste Mal hole ich dich auf den Boden der Tanzsachen. Ab zur Klasse. Sorry und vielen Dank, Misty Light. Es ist Klassenzeit. Ich muss mich echt zusammenreißen. Hallo zusammen. Hey, wer war das? Du kannst meinen Fall nicht ausweichen, Katze. Warum tust du? Das ist nicht so gut. Ich glaube es nicht. Kette muss werden und allen ins Gedächt schlagen. Nein. Was soll das? Was für ein Durcheinander. Ich bin raus. Schleich das, Timing. Wo willst du hin? Geh jetzt auf deinen Platz. Ja. Sie ist stärker als erwartet. Schau, was du getan hast. Das war nicht meine Schuld. Ich hoffe, du bist bereit für den Überraschungstest. Was meinen Sie mit Überraschung? Überraschungstest? Das ist in meinen Händen, Leute. Ich weiß, was zu tun ist. Mal sehen. Ich hoffe, das klappt. Unmöglich. Ich habe nicht gelernt. Mom wird mich töten. Verbrauch ihn mir nicht. Das ist nicht fair. Ich kümmere mich um ihn. Sekunde mal. Ich erinnere mich an jede Antwort. Ich schaffe das. Er schafft das. Was? Was? Was ist hier passiert? Was? Sadness. Ich habe nichts berührt. Ups, ich glaube, das war ich. Sadness, warum? Mach dir nichts vor. Du weißt gar nichts. Es tut mir leid, Joey. Ich habe es ruiniert. Kann ich. Ich bin noch nicht fertig. Zeit vorbei. Gebt mir die Tests. Was? Oh Gott, sie ist so unheimlich. Wer hätte an einen Überraschungstest gedacht? So unoriginell. Was? Halt's Maul, Enoui. Hey, Kathy, wie geht's dir? Oh, hey, Catnap. Wie war dein Test? Ähm, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Lustig und klug. Du hast es sicher geschafft, Hübscher. Er muss so froh sein, dass ihn jemand unterstützt. Nein. Was? Jetzt ist es Männchen-Alarm. Danke, du sicher auch. Wollen wir später ein Eis essen? Na klar. Okay, seid ihr bereit, eure Punktzahl zu erfahren? Ich bin so aufgeregt. Oh, ich kann es kaum abwarten. Ich bin nicht bereit. Zuerst, Kick and Chicken. Eine Sechs. Ja, ich habe überhaupt nicht gelernt. Eins plus. Geil. Mach, dass es aufhört. In Ordnung, er hat es sicher geschafft. Aber, was wird passieren, wenn er nicht besteht? Weißt du wirklich alles, was passieren könnte? Wir müssen uns alle über die Zukunft Gedanken machen. Nein, was hast du getan? Hört mir zu, alle zusammen. Zeit fürs Geschäft. Ich kann kaum atmen. Meine Brust tut weh. Sie wird sich lustig machen über mich. Du lernst nicht, oder? Das war's mit mir. Ich muss über alles die Kontrolle übernehmen. Nein, ich will durch. Anxiety, bitte. Du musst diesen Wahnsinn stoppen, bevor es zu spät ist. Sie hört mich nicht. Ich werde es tun müssen. Oh, so verdreht. Anxiety. Schau auf mich. Catnap? Bist du okay? Wir sind hier, um dich zu unterstützen. Ich weiß, du hast Angst, aber du bist nicht allein mit mir. Kannst du einem Freund vertrauen? Tschui, es tut mir leid. Lass mich machen, Mädchen. Ich verliere es. Fantastisch. Gut gemacht. Und nun lass uns ihn aufmuntern. Dann wird er sich gleich besser fühlen. Keine Sorge, Catnap, du hast den Test bestanden. Der Wahnsinn, danke. Wirklich gut gemacht. Bevor wir gehen, danke dir. Es schaut so aus, als wäre es endlich vorbei. Wir wählen zusammen ein ausgezeichnetes Team. Das stimmt, Tschui. Oh Gott, ich bin zu spät. Hi, Frau Lehrerin. Danke, dass Sie mich noch reingelassen haben. Ach, niemals. Ich werde dieses Verhalten nicht mehr tolerieren. Setz dich hin und zwar sofort. Ja, Fräulein, es tut mir leid. Wow, wenigstens bin ich noch am Leben. Hi, Anxiety. Heute wird großartig. Ruhe, bitte. Also, Schüler, in der heutigen Stunde werdet ihr Catnaps so kontrollieren, dass ihr eine Freundschaft zu Doktor aufbaut. Lasst es mich euch einmal demonstrieren. Soll ich? Warte mal, warum bin ich sauer? Lass uns Freunde sein, Doktor. Das ist so langweilig. Ich passe. Was ist, wenn ich versorge? Das kann ich nicht ertragen. Ups, ich glaube, ich habe nicht genug gelernt. Stimmt's, Fräulein? Verschwinde nicht meine Zeit, Seltenes. Da bin ich mir nicht sicher. Komm schon, mach sie zu Freunden. Ich weiß zwar nicht, wie ich das machen soll, aber ich versuche mein Bestes. Oh nein, das ist mein Fehler. Er wird nicht mehr mein Freund sein. Nein, nein. Das ist nicht das, was ich will. Oh, schade. Oh, was ist los? Sag's mir. Was? Schau mich nicht so an, es tut mir so langweilig. Jetzt hat Kettnerbein einen neuen Feind. Danke dir dafür. Ähm, habe ich bestanden? Nein. Du hast den Test natürlich nicht bestanden. Du kannst nicht so unhöflich sein. Was soll das heißen? Embarrassment, du bist jetzt dran. Was? Warten Sie, nein, ich kann da noch gar nicht dran sein. Ich meine, ich kann das nicht. Komm schon, Großer. Ich kann das nicht. Tu es oder betrachte dich als durchgefallen. Hast du verstanden? Ja, ist dir leid. Easy. Was kann ich machen? Lass mich nicht noch mal warten, junger Mann. Tu es. Warte mal kurz. Es war alles meine Schuld. Ich habe dir eine Szene gemacht und all das. Was für ein Schuss. Nein, warum schauen mich denn alle so an? Was habe ich gemacht? Warum habe ich keine Hosen an? Hört auf mich anzuschauen. Ihr nervt. Ein Hut-Trick? Ganz schlecht. Was für eine Schande. Ich habe mein Bestes versucht durchgefallen. Ich schäme mich so sorry. Oh ja, ich bin endlich dran. Schauen Sie, Miss Delight, so macht das ein Experte. Ich bin gespannt. Alles klar, geben wir ihm etwas Pfeffer. Hm, warte. Was? Nein. Vergiss nicht, mich zu stören. Nie wieder. Nein, das musst du nicht tun. Ja, das musst du unbedingt tun. Was hast du vor? Au. Ich kann mein Gesicht nicht mehr sehen. Zeit, den Müll wegzuwerfen. Mach weiter. Stopp. Denkst du nicht, er hat jetzt genug? Gib mir aus dem Weg, du dreckiger Hund. Erledigt. Was schaust du so? Ich? Ich zeige dir, was passiert, wenn du eine aggressive Katze so anstarrst. Du bist verrückt. Was wird in Zeit hier ausgesprochen? Was tust du? Stopp. Jetzt was kann ich. Das ist es. Ich habe die Lösung. Das ist nicht der richtige Weg. Ich brauche das gar nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war wirklich knapp. Puh. Was? Ja, es war toll. Du bist durchgefallen. Gewalt ist nicht die Lösung, Miss. Nicht mal TikTok macht heute Spaß. Zu blöd. Komm schon, Enway. Du bist jetzt an der Reihe für den Test. Test? Na, das ist langweilig. Es sind keine Hände, die in meiner Katze erlaubt. Tu, was ich sage. Was wollen Sie machen, wenn ich nicht tue, was Sie sagen? Ich habe deine Unverschämtheiten. Miss, warten Sie. Autsch. Sie ist stark. Ich will lernen. Was? Das lieb sein und das tun, was ich sage. Mal sehen. Ich kann Kidnap dazu bringen, mit Dogdale zu sprechen und ihm sagen, dass wir wieder Freunde sein wollen. Nein, Dogdale könnte sich über ihn lustig machen. Kidnap könnte Dogdale als Entschuldigung Wissigkeiten geben. Nein, Dogdale wird sie nehmen und Kidnap ins Gesicht werfen. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich bin kurz davor, es zu tun. Es ist dir leid. Hey, ich habe nachgedacht. Das war nicht in Ordnung. Es war alles meine Schuld. Wow, Kidnap. Ich hätte nie gedacht, dass du ein so guter Junge bist und deine Fehler akzeptierst. Ich weiß. Um befreundet zu sein, muss ich einfach die ganze Schuld auf mich nehmen. So ist das nicht. Bitte beruhige dich und lass uns miteinander sprechen. Ich trage die Verantwortung. Was? Warum ist das passiert? Kidnap. Was tust du da? Nein, bleib weg von ihm, du Monster. Was? Du bleibst weg von ihm. Tu meinem Volk nicht weh. Autsch. Autsch. Er ist außer Kontrolle. Ich beende die Ruhe, die du nicht bist. Ich hoffe, sie sind bereit zu sterben. Nein, nein. Schleichen Sie ihr letztes Gebet. Müssen wir dich rüber. Nein, ich muss etwas dagegen tun. Nein. Nein, stopp. Genieße deine letzten Abschuld. Ich will nicht sterben. Was ist passiert? Was? Ich weiß es selber nicht genau. Ich habe dich. Bin in einer Sekunde fertig. Was ist passiert? Hi, Delight. Kidnap, du bist sicher. Das geht dir gut. Gute Arbeit da drüben. Danke dir. Er ist zurück. Schön. Das war knapp. Gut gemacht. Danke dir vielmals, dass du mir geholfen hast, Joey. Dafür sind Freunde doch da, Anxiety. Geschafft. Versagen, Doktor und Kidnap sind wieder Freunde, dank euch. Ihr habt beide den Test bestanden. Unglaublich. Unglaublich. Dankeschön. Wir arbeiten als Team. Immer besser. Okay, Baby, da sind wir endlich. Vergiss nicht, sei brav und nett zu den anderen Kindern. Gut, hier ist doch deine Brille. Danke, Mami. Pass auf dich auf, mein Baby. Bis später. Ach, sie werden so schnell groß. Ich sehe dich zu Hause. Das ist ja so aufregend. Hey, 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 Leute. Schön, euch zu sehen. Das klingt super. Hey, ich seh dir mal den Nerd an. Hallo, Freunde. Ähm, mein Name ist... Los geht's, da. Dein Name ist Nerd. Hey, warum tust du denn sowas? Meine Brille. Warum würdest du so etwas tragen? Eine Mami hat mir die gegeben. Gib sie zurück. Hey, immer locker bleiben. Dann lass mich gehen. Chill mal, ich tue dir damit nur ein Gefallen. Gib sie zurück. Ruhig, Tiger. Du willst die Brille? Dann nimm sie die doch. Man sieht sich, du loser. Nein, meine Brille. Mami hat mir die gekauft. Sie hätte bessere kaufen sollen. Lass uns abhauen. Diese Typen sind so gemein. Ich will wieder nach Hause. Ich komm zu spät. Ich muss doch zum Unterricht. Die Zeit ist dumm. Nein, es war so knapp. Okay, Kinder. Beginnen wir mit dem heutigen Unterricht. Was? Die Tür ist verschlossen. Ich krieg sie nicht auf. Ihr seht mal, denn dann kann ich hier sein. Was für ein Morgen. Du bist zu spät, Kleiner. Entschuldigung. Kommt mich wieder vor. Setz dich erst mal hin. Ähm, jawohl, Miss. Los, bleib dich. Mein Hintern. Da sind Nägel auf meinem Stuhl. Was tust du da? Bleib dich. Ich hab gesagt, setzen. Okay. Ich werde es wohl einfach nur aushalten müssen, denke ich. Okay, Kinder. Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr ein paar Hausaufgaben zu erledigen, bevor der Unterricht beginnt. Oh ja, hier, hier, Miss. Oh, richtig. Wo war es noch gleich? Ich hatte echt Spaß damit. Das sind ja meine Hausaufgaben, Miss. Hey, was? Danke dir, Nerd. Das ist meine Hausaufgabe. Oh, hey, Miss. Hier sind meine. Hier war die Hausaufgabe für dich, Doktor. War es schwierig? Oh, nicht wirklich, Miss. Es war tierisch einfach. Oh, komm schon. Du bekommst eine Eins plus. Hey. Oh. Wie kannst du es nur? Ich hab gehört, du hast auch deine Hausaufgaben gemacht, nicht kitnippt. Wo sind sie? Meine. Er hat sie geklaut. Abs reden. Na, Aua. Hey, das ist nicht fair. Mittagspause? Oh, Junge. Das Lineal war echt hart. Aber hey, zumindest hab ich jetzt was Leckeres zu essen. Manns Spezialität. Ein Fischburger. Okay, mein Schatz, hier ist dein Mittag. Die geheime Zutat ist Liebe. Mein Lieblingsessen. Vielen, vielen Dank, Mami. Oh, yummy. Guten Appetit. Wie geht's dir das? Was? Komm zuerst. Hol dir dein eigenes Essen. Aber das ist doch meins. Es riecht wirklich gut. Sieh einer an, Gratisburger. Loser. Wo ist denn dein Essen, Loser? Gibt's mir zurück? Die hier? Ich denke nicht. Die sind so lecker. Ich bin froh an, dass meine Mom die gemacht hat. Los, weint das Baby schon wieder. Aber ich... Ich bin so froh, wenn dieser Tag endlich vorbei ist. Du auch hier, um auf mir rumzuhacken? Nicht im Geringsten. Ich wollte nur mit dir spielen. Diese andere Typen haben mir mein... Du hast nicht zufälligerweise noch was übrig. Oh, sicher. Oh, danke dir. Yum. Oh. Hey, da ist er ja. Oh, oh. Nein. 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 Nicht schon wieder. Hey. Was willst du etwa für ihn einstehen? Halt auf ihn zu belästigen. Er ist echt nütz. Halt auf ihn zu belästigen. Ist schon okay. Ignorier sie einfach. Sie glücklich damit. Warte. Oh, naja. Sieht aus, als müssten wir den Hörer aus dem Neuling rausprügeln. Kämpf, 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 kämpf. Nein. Du wirst ihm kein Haar krüben. Schnapp sie. Schau einfach. Nein, lass mich los. Ich warte. Du hast meine Hausaufgaben für den Rest des Jahres machen. Hast du verstanden? Katnipp, nein. Du trägst diese Brille noch mal. Du? Du willst gehen? Dann los. Jetzt ist sie auch am Heulen. Krafti, lass meine Freunde da raus. Sagt wer? Ich sag das. Man ärgert meine Freunde. Okay, in Ordnung. Wir hören damit auf. Ich verspreche es. Du hattest deine Chance. Oh, nein. Dir wurde hiermit vergeben. Ist nicht wahr. Warum wartet ihr noch auf ihn? Sieht aus, als wolltest du auch Vergebung. What? Oh, nein. Wer ist der Nächste? Hä? Sonst noch jemals? Hier zeig ich's. Nimm das. Und du auch. Autsch. Das war's, Leute. Hey, bist du okay? Es geht schon, danke. Süße Rache. Ja. Und du auch. Nun denn, wo waren wir? Oh, richtig. Hier. Hätte ich das Ding weg. Hey. Du. Alles okay bei dir? Meine Babyknochen. So, dann sind wir jetzt frei. Na klar. Mittagspause ist vorbei, geht was zum Teufel ist denn hier passiert? Ähm, gar nichts. Auf zum Unterricht, Miss. Auf zum Unterricht, Miss. Ugh, diese Kinder. Hertha. Aua. Was hast du getan? Dann fang den. Wir fangen wieder. Aber sei vorsichtig. Das ist ja super. Und der ist immer noch ganz. Was ist das? Ein Mustang geht hier in der Stadt? Muss einer dieser Rasse sein? Was ist eigentlich mein Kind? Nein. Pass auf. Aus dem Weg. Los. Ich würde dich retten, mein Sohn. Nein, das kann nicht wahr sein. Bitte, Daddy, wach auf. Ich glaub's nicht. Was hab ich bloß getan? Komm schon, Kumpel. Wir müssen sofort los. Ich lass dich nicht so sterben, Catnab. Keine Zeit über dir. Ich kenne einen Doktor, der einfach alles rein kann. Ich kann kaum atmen. Daddy, nein. Das kann einfach nicht wahr sein. Alles seine Knochen sind mehrfach beschädigt. Wenn ich doch nur etwas für ihn tun könnte. Nun ja, wo sie das gerade ansprechen. Es gibt ein magisches Mittel, das einfach alles heilen kann. Dann sogar Knochen. Aber es ist irgendwo in der Dunkelheit von Blake her versteckt. Man sagt, der Ort sei so gefährlich, dass sich selbst Prototype nicht dorthin traut. Ich bin weit mutiger als er. Würdest du das wirklich machen? Für Catnab auf jeden Fall. Ich fühle mich nicht gut. Mein Herz. Ich bin da, Kitty. Keine Sorge. Dog Day, Sie müssen sich beeilen. Wenn er so bleibt, wird er sterben. Meinen Sie das ernst? Er hat noch 24 Stunden übrig, bevor es zu spät ist. Wir stranden. Ich mach mich sofort los. Bleiben Sie vorsichtig mit ihr. Nun denn, wo fange ich an? Dieser Ort ist zu groß. Was war das denn? Erwisch. Erwisch. Was macht ihr denn hier? Wir werden dir helfen. Ich kann es nicht fassen. Aber bleib schön bei mir. Das ist der beste Tag unseres Lebens. Könnte das Heimittel bloß sein? Dad, ich kann nicht lesen, aber was steht da auf dem Schild? Er sagt, dass die Medizin dort... Er geht los. Yeah. Zu einfach. Verdächtig. Das war schnell. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ein Haufen Burger. Ein Haufen Burger. Die sind alle meins. Die sind alle meins. Sie sehen so lecker aus. Sie sehen so lecker aus. Das stimmt doch, was ich kratze. Der Doktor sagte, sei vorsichtig mit ihr. Kinder, warte. Nein. Definitiv der beste Tag. Dem stimme ich zu. Korrekt, ihr Kütters. Kinder, passt auf. Was ist los? Was ist los? Was ist es? Oh nein, wir wollen so nicht sterben. Wir wollen so nicht sterben. Du bist ein Held. Das war knapp, Jungs. Ich bin froh. Was ist hier? Nein. Tu ihm nicht weh. Wer bist du? Erkennst du etwa kein starkes, böses Kätzchen wie mich? Der Name ist Catnap, Doggy. Suchst du hier etwas Bestimmtes? Ja, eine Medizin für Catnap. Catnap? Diese Katze ist ein Idiot. Ich hatte ihm endlich meine Liebe gestanden und er lehnte sie ab wegen einem hübscheren Mädel. Ich habe für Monate geheult. Und du willst ihm helfen? Hey, runter von ihm sofort, du hässliche Katze. Wow, du hast Kinder? Sie sind nur Austauschschüler. Der war gut. Du bist ein mieser Lügner, Doggy. Sie sollen lieber laufen. Kinder, du wirst sie niemals kriegen. Das war leichter als gedacht. Nur zum schmutzigen Teil. Sorgten wir für Vertreterung. Nein, damit kommst du nicht davon, du verrückte Tante. Komm her. Upsi, du musst nicht ausrutschen. Rutschen? Wow. Pass auf. Pass auf. Los weg, bevor es zu spät ist. Diese kleinen Ratten. Ihr gehört mir. Immer langsam hier. Du wirst erstmal für deine Taten bezahlt. Aus dem Weg geschossen. Oh nein, wir sind verloren. Sie ist hier. Endlich erfülle ich meine Aufgabe. Nein, bitte töte uns nicht. Es gibt keine Option. Ich werde niemals vergessen, was ihr mir angetan habt. Autsch. Ich dachte, du wärst noch ausgenockt. Das ist echt nicht mein Tag. Wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen eine große Katze retten. Endlich sicher. Leute, seht mal dort. Das ist die Medizin. Wirklich? Wir haben es geschafft. Das war einfach. Also müssen wir nur noch... Oh mein Gott. Na gut, ich versuch's. Ihr bleibt hier, Kinder. Sei vorsichtig. Das letzte Mal, als mein Leben auf der Kante stand, war, als die kleinen Critters mich mal in die Wände hinein befressen wollten. Wobei ich zugeben muss, dass es sieht schon gefährlich aus. Also... Ah, es hat mich erwischt am Fuß. Ich war so nackt dran. Oh Mann, ey. Ist du genauso bereit? Was habt ihr da vor? Du beeinflusst dich besser. Das war lustig. Das war lustig. Das war unglaublich. Das war ja Pille, Palle. Kinder. Nein. Die Kinder sind tot. Das ist allein meine Schuld. Ich muss. Warum weinst du? Euch geht's gut. Unterscheidung ist es besser. Nicht so schnell, ihr unheilbringenden Monster. Nein, los, weg hier. Ich bringe euch um. Egal, was es mich auch kostet. Vorsicht, vorsicht. Die ist richtig wütend. Die kommt näher. Ich sagte bereits, ich lasse euch diese dumme Katze nicht retten. Nein, tut mir nicht weh. Warum erzählst du das nicht meiner Axt, bevor sie dich zerstört? Schreie doch mal deine Axt. Nein, nein. Woher wusstest du? So, und du bist der Beste. Und du auch. Ich werde meinen Daddy retten. Dann, ich zieh weg hier. Es ist vorbei. Nur noch zehn Minuten übrig. Catnap wird sterben. Nein, das ist unmöglich. Aber ich glaube an Doc Day, Doc. Machen Sie Witze? Warum haben Sie ihn nicht zum Tierarzt gebracht? Das ist das Ende. Drei Minuten. Ich will ihn so nicht sehen. Beeilung, Doc Day. Da sind wir. Mit der Medizin. Oh Gott, gerade rechtzeitig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trink das, Kumpel, dann geht es dir besser. 24 Stunden sind vorbei. War das alles umsonst? Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Ich fühle mich geliebt. Gott sei Dank, du bist der Kriegerkette. Hallo, was war das? Hey, komm, du musst dir abfrieren. Komm rein. Baby, ich habe ein wenig. Hier ist etwas Milch für dich. Meine Güte, du warst ja schon fast am Verhungern. Gute Nacht. Und morgen schauen wir dann mal, was wir mit dir machen. Wo ist das Baby? Das Kind? Verrückst du nie. Was ist mein Apfel? Ich werde dir nicht weh drauf verspringen. Oh, du kleines Monster. Mal warte, bis ich dich in meine Rufe bekomme. Hab dich. Warte, ich stecke fest. Hey, hör auf. Was machst du da? Mein Hintern tut weh. Was ist das jetzt? Hallo? Heiliger Straßer. Krafty. Ich hole dich da raus. Lecker Äpfel. Was für ein süßes Baby? Ich erholt die. Hey, bist du Gapnappskind? Oh, du kriegst so süß. Komm her, Baby. Hey, das ist für ein schaffe Kreuz. Autsch. Baby, was machst du da oben? Das ist gefährlich. Komm her. Von die Rechten nach Kaka. Du könntest fallen, Baby. Gute Augen, Liebe. Wovon redest du da? Komm runter. Nimm meine Hand, okay? Baby, nein. Mir geht's gut. Knapp. Dummes Hunde. Schöne Blume, ich will haben. Los geht's. Schöne Blume. Schöne Blume. Au, 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 au. Autschi. Eine unannehbare Besserung. Eine Belagerung. Eine Belagerung. Ah, fuh. Tut weh. Autschi. Oh ja? Wir zeigen uns. Jetzt haben wir. Oh, du wirst dich nicht fangen. Hier kommt sie weg. Oh, schöner Ball. Na warte, das Spiel ist doch nicht vorbei. Ich wette, den siehst du nicht kommen. Mir hast du nicht drauf. Na warte, ich weiß nicht, was war. Wo ist der kleine Racka? Schau da drüben. Nami! Das ist unsere Chance. Ich erteile ihm eine Lektion. Sag dem Mond einen Gruß von mir. Was? Entschuldigung, Piki. Lass mich runter, bitte. Baby, schwindel ich. Du hättest dich besser nicht mit uns angelegt. Ich spring das zu Ende, was Kiki hat gemacht. Lass ihn los. Ich hab dich kummelt. Ich weiß ja, dass Katzen neuen Leben haben. Aber du sollst drauf aufpassen. Pass besser auf dein Kinn auf. Wie kannst du es wagen? Ich kümmere mich den ganzen Fall. Habt ihr gesehen, wohin ist... Du bist ein schrecklicher Vater. Schnapp den, Leute! Schnapp den, Leute! Denk nach. Cool. Ich hab's endlich zum Fliegen gebracht. Ich hab ne Idee. Was für ein süßes Baby. Wie heißt du denn, Freund? Ich glaube ich. Oh mein Gott. Au. Nimm sie weg, nimm sie weg, nimm sie weg. Häschen, hüpf, los, hüpf. Bären auf mich zu verfolgen. Wollt ihr mich verarschen? Wer versucht denn einen Bären am Strand zu fangen? Ach, ja. Oh, meine Güte. Es sind noch mehr davon. Oh, gut. Denk dir nicht, dass das ein bisschen zu extrem ist. Ah, du meine Güte. Oh, nein. Katnap. Unser Tag ist ruiniert, weil du keine Verantwortung tragen kannst. Dafür wirst du bezahlen. Können wir das nicht alles vergessen? Was haltet ihr davon? Was wünschst du dir vielleicht? Wollt ihr dich? Wollt ihr dich? Kommt schon, Leute. Aufladung. Aber Leute, das ist mein letztes Leben. Dann hättest du wohl besser auf dein Kind aufpassen sollen. Was ist das? Nimm das weg, nimm das weg. Wir werden nicht mehr. Das sind die Verschwitzenden. Kommt schon. Was ist passiert? Wo sind sie so plötzlich hin? Wie vom Erdlocken verschluckt? Was ist das? Was? Ich hab dich gefunden. Vielleicht bin ich doch nicht so ein schlechter Vater, stimmt's? Letzte Nacht ist mein Baby verschwunden. Ich hab den ganzen Tag nach ihm gesucht. Sieht aus, als hättest du ihn gerettet. Ist das deine Mama? Großartig. Komm her, Sonnenschein. Danke schön, Madame. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Mister. Ich glaube, dass wir uns verabschieden müssen, Kumpel. Mach's gut. Baby, Baby, will dich vermissen. Was ist los, Schatz? Mami. Keine Sorge. Ihr könnt jederzeit miteinander spielen, wenn ihr wollt. Oh, Kumpel, ich werde dich vermissen. Ich muss doch keine Angst vor Blitzen haben, mein Schoen. Schauen wir mal, was ist Neues bei Horns schon? Was? Ach, du Liebeskätzchen. Unangenehm. Ich habe dieses armselige Haus echt satt. Das ist alles so, die Haus. Dieses Haus ist ein Saustausch. Was? Wir brauchen ein Neues. Ich tue, was ich kann, Kami. Ich verspreche es dir. Finde ein Haus, das es mir wert ist. Wow, sieh dir das mal an. Das ist perfekt. Ich bin auch ganz niedlich. Oh, nein. Wie viel kostet es mich denn? Oh, du heiliger Kater. Tut mir leid, Kati. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Ich behalte unser Kind. Nein, bitte, Papa. Ich will nicht bei Mama bleiben, Papa. Nein, mein Sohn. Warte. Okay, Schätzchen, verlass mich nicht. Ich arbeite für das Haus. Ach ja? Dann mach es jetzt. Sofort. Zu nichts für Gebrauchten. Das ist es. Katzenapp wird schon sehen, was ich alles für unsere Familie tun werde. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde mein Bestes geben, um ihr ein schönes Zuhause für uns alle zu geben. Ich muss zum Nägel machen. Aber. Ich schaffe das schon. Ja, endlich haben wir ein neues Zuhause. Ich muss nur noch unterschreiben und das Katzenhaus gehört euch, Herr Katnapp. Die? Natürlich. Schön zu hören. Sorry für die Eile, aber ich habe noch Leben zu regeln. Wir haben es geschafft, Familie. Ja, das ist immer noch nicht wirklich. Äh, genau. Was? Schatz, ich habe hart gearbeitet, damit wir uns dieses Haus... Pass auf. Sollen wir mal reinschauen, oder nicht? Alles klar, davon habe ich doch die ganze Zeit geredet, Baby. Die Küche ist groß und breit. Das Erstzimmer ist irgendwie beim digitalen Zirkus. Das Haus ist klasse, oder nicht? Nein. Es fehlt noch so vieles wie eine Couch und ein Fernseher. Wie Sie wünschen, Lady. Vorsicht. Äh, und es ist fertig. Du wirst es lieben. Der größte Fernseher, den ich finden konnte. Du kannst sogar Minecraft darauf spielen. Ich hoffe, dir wird es gefallen, Liebling. Das ist das Beste, was ich habe. Was ist denn jetzt los, Liebling? Langweilig. Was ist los? Ich habe Hunger. Koch was für mich. Aber, Schatz, ich bin so müde. Jetzt geh mal an. Hörst du, du bist so nicht zu gebrauchen. Geh und kochst deiner Frau was Gutes zu essen. Ich bin schon dabei. Ja? Und komm bloß nicht ohne was zu essen zurück. Mama, wollen wir was spielen? Mir ist langweilig. Nein, geh und frag deinen Vater. Das klingt auch okay. Papi, spielen wir mit dem neuen Zug? Hast du Lust? Kann gerade nicht spielen, Junge. Warum will keiner mit mir spielen? Bin ich das Problem oder was? Oh, mein Kater. Ah, ein super Helikopter. Mein Glückstag. Ich weiß nur noch nicht, wie er funktioniert. Aber das sieht nicht so schwierig aus. Lass uns hochgehen, Helikopter. Ich zeige dir mein Zimmer. Sei vorsichtig. Oh, Katze, Hilfe. Ist dein neuer Filter bei Instagram? Nein, nicht verbrennen. Komm schon. Sieht aus, als hören mich meine Eltern nicht an. Welchen Punkt habe ich diese Mummeln hier vergessen? Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Ich will nicht sterben. So, fertig. Was geht hier ab? Ich lass dich nicht fallen, Junge. Halt durch. Messer. Oh, mein Kater. Warum bitte, Papa? Hilf mir. Ja. Hab dich. Danke. Oh Gott, ich bin dramatisiert. Kathy, das ist unakzeptabel. Unser Kind hätte sich ernsthaft verletzen können. Du musst mir aufpassen. Dramatisch. So schlimm war es gar nicht. Es ist unsere Verantwortung, auf ihn aufzupassen. Oder du solltest einfach mal relaxen, Katnep. Du gehst mir die ganze Zeit auf die Nerven. Willst du mit mir kämpfen? Hör aufzustreiten. Ich will das nicht mehr sehen. Ich hab die Schnauze voll, kann ich dir. Wie? Kannst du mich schlagen? Das ist, was du verdienst, Loser. Was? Es gibt nur eins, was mich in so einer Situation wieder runterbringt. Und zwar eine leckere Pizza. Dann fühle ich mich gleich besser. Kathy, komm runter. Es ist nicht nötig, dass es schon bald kommt. All das ist deine Schuld. Du kannst nichts richtig machen. Und ich glaube, ich hab genug von dir. Nein, warte Pizza-Time. Hat irgendjemand Pizza bestellt? Was? Es tut mir leid. Nein. Das wollte ich alles nicht. Hä? Erzählst du mir jetzt, was zur Hölle hier los ist? Böse Mama, böse Mama. Kind, wir haben nichts Schlimmes getan. Wir haben nur... Verspielt. Hilf mir, sie ist verraten. Halt's Maul. Das ging zu weit, Kathy. Ich rufe jetzt die Polizei. Polizei! Mach auf, du Verbrecher. Was? Du bist verhaftet für eine lange Zeit, junge Dame. Lass mich so fortgehen. Es ist mir egal, was du sagen willst. Dafür sind Freunde doch da. Lass uns auf dein neues Haus feiern, Mann. Oder was? Hami ist aufgewacht. Das ist so verdreht. Hey, ich will auch Teil an dem Spaß haben. Lecker. Na, dann lass dir schmecken. Das macht Spaß. Ich kann es nicht erwarten. Schaut euch seine Reaktionen an, wenn er aufwacht. Oh, Spielzeit ist vorbei, Kids. Oh nein. Vergesst den Plan. Hört euch jetzt erstmal zu, Klasse. Heute werden wir mit einem Test eure Zeichenskills testen. Und natürlich werden die Beste. Wow. 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 Also gut. Gebt euer Bestes. Und wenn die Zeit rum ist, werde ich entscheiden, wer meinen Kurs besteht und wer nicht. Ich werde sie nicht enttäuschen. Seid ihr fertig zum Lachen? Es macht so Spaß, wenn ich... Hey, schau mich nicht an. Bobby, hast du Rot? Sorry, hab ich nicht. Du bist ein Lügner. Rot ist deine Lieblingsfarbe. Das ist die Wahrheit. Du musst. Gibst du mir das verdammte Rot? Ah, sie ist dein. Cool. Danke. Was mache ich jetzt? Oh Gott, das tut mir leid. Ich war auch nicht. Zunächst. Ah, ein Dragon Ball mehr für mich. Hanale, die Zeit ist um. Dog Day, du als Erster. Ja, Herr Lehrer, einen Moment bitte. Kannst du uns sagen, was du gemalt hast? Ich hab nur ein Porträt von meinem Lieblingslehrer gemalt. Warte mal, wer jetzt Hausherrn... Nein, was machen Sie da? Bisschen Gerechtigkeit. Gehen die Schämlich-Ecke. Die Woche schon wieder? Oh Mann. Piggy, Piggy. Du als Nächster. Ich war wirklich hungrig, als ich anfing zu malen. Sieht lecker aus. Wollen Sie ihn probieren? Was aber? Genug rumgespielt. Schatz, ein Riesen-Kapp. Du hast danach gefragt. Ich kann das Spielchen auch spielen. Komm her, Piggy. Nein, das war nur ein Scherz. Du bist der Nächste, Piggy. Macht euch bereit, um das beste Bild zu sehen, das ihr je gesehen habt in eurem langweiligen und kotzen Leben. Hier, bitte, Herr Lehrer. Das ging gut, zeig her. Das muss gut sein. Bist du blind? Hier ist es. Das ist ein Problem mit meiner Zeichnung, heißt... Dann sprich selbst mit dir. Craftycon, du bist dran. Herr Lehrer, ich will ja nicht stören. Die machen alle Witze über meine Zeichnung. Mehr wie Kicken-Sans? Autsch, das ist die Wahrheit. Dann nicht schießt, dann zeig es uns. Alles klar, aber ich warne euch, okay? Es ist erstaunlich. Hallo, wir verdienen den großen Preis. Das ist toll, ja. Danke. Ich habe es gemacht, Craftycon. Die Job, Craftycon hat geschummelt. Sie hat das am Drucker ausgedruckt. Craftycon, du ein Verschämter. Nein, ich kann das erklären. Lass mich dir was erklären. Du hast versagt. Das ist nicht fair. Dafür wirst du bezahlen, Bobby. Okay, Hoppy, du bist dran. Ja, Herr Lehrer, ich habe mein Haustier gezeichnet. Ach ja? Was für ein Haustier? Haben Sie schon mal von Hamstern gehört? Das ist Jax. Was für ein Name ist das? Was sagst du zu meinem Jax? Du musst nicht so unhöflich sein, Hoppy. Langweilig, was? Boba, das ist richtig. Nenn mich Pikachu. Boba, komm schon, bitte. Danke, aber ich schaue, das ist doch nicht fertig. Du bist ein will ich sein. Inspiriert von Oro. Herr Lehrer, sind Sie okay? Wer hat den Becher geworfen? Ich weiß nicht. Das ist nicht gut. Ich habe es doch nicht ruiniert, Boba. Okay, Bobby, du bist der Nächste. Lass mich erst einige Worte dazu sagen. Ich weiß, dass wir Sie immer böse machen, aber wir lieben Sie wirklich. Bobby, das war kostbar. Das ist die beste Zeichnung, die ich je gesehen habe. Die beste bisher. Nein! Ich hätte die fertig sind. Catnap! Jetzt bin ich dran. Ich hatte dich fast vergessen. Nimm zur Kenntnis, das ist meine Zeichnung. Es ist ein Zirkus und keiner kann von dort entkommen. Was? Wie kurios, Catnap. Irgendwas ist komisch daran. Warum hast du das gemalt? Warte, was geht hier vor? Nein! Herr Lehrer, was ist das? Das ist so gruselig. Hey, Leute, komm, Pomni. Was ist das hier? Du riecht komisch hier drin. Was mich wohl jetzt hier erwartet? Nun, ich such lieber mal nach einer Antwort. Oder zwei. Wow, Pomni hat wieder ein NPC mitgebracht. Ich habe es ihr schon tausendmal gesagt, dass es nicht erlaubt ist. Nun, lass uns das schnell beenden. Nein, warte. Oh, wie befriedigend.